Bei Bosch ist es so, dass neben dem monetären Entgeltthema wir zum Gesamtpaket einfach auch noch mehr bieten möchten. Also der Mitarbeiter steht bei uns im Fokus und da möchten wir einfach dann auch das leisten, um auch als attraktiver Arbeitgeber dann auch dazustehen. Beispielsweise kannst du jetzt auch zum Start schon von deinem Arbeitsverhältnis dich für die Altersvorsorge zusammen mit Bosch auch entscheiden. Da nimmt Bosch dich auf jeden Fall auch an die Hand.